Bevor ich das aber mache, würde ich gern speichern. Also wir haben da ne Tür... Zu welcher soll ich denn zuerst? Was haben wir hier drin? Oh, ein Shop! Geil! Geiler Shit! Mh... Munition... Verleiser Kanone kostet 9000... Ja... Inventar... Was kann man da noch? Ich will mir nicht alles mitschleppen. Ich muss jetzt eine Waffe zurücklassen. So... Kostet mich in so'n Laser-Paket... Da gehe ich gar nur ne Laser... Das ist witzig... Krasser Shit... Ich sollte wohl froh sein, dass Hermit noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. Ja, bin ich auch hier. Welche Tür nehmen wir zuerst? Ach komm, wir gehen mal hier rein. Was ist das denn? Du... 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 Ausrichtung inaktiv. Oh, mit Brom-Terschäde gleich. Was gibt's für die Laserkanonen? Bis jetzt noch nix. Da hab ich voll Staser. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ist erst einmal da. Ich erinnere mich das wirklich an. Ich glaub ich mach das aber auf den... Auf den Rick drauf. Ist glaub ich eher sinnvoller. Mhm. Was ist das für ein Luxus? Krasser Scheiß Purensohn Erstmal nach ran Hehehe Hehehe Okay. Oh. Okay. 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 How are you doing this? I don't know. Geht, Geht, Geht! achlan öffne dich öffne 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 erst mal schön nachladen gehen wir auf die 1 öffne 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 Soll ich da hin? 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 Soll ich da hin?